Hallo? Hey Tom, darf ich dich mal was fragen? Ja natürlich. Was hast du? Stimmt es jetzt, dass es keinen Pfasen gibt? Das stimmt fast. Weil die Teufel, die müssen sich halt auch an die Abstandsregeln und an die Maskenpflicht halten. Aber da haben wir uns selbst überlegt. Wir gehen einfach mit allem, was wir machen, ins Internet. Wie Internet? Wir haben seit nächstem, genau sagen, eine Woche, haben wir jetzt schon einen YouTube-Kanal von der Narazunft-Hüllteufel-Reichenbach. Und Facebook und bei Instagram, da sind wir ja sowieso schon länger, wo wir uns finden können. Und da werden wir dann nachgehen und viele Programmpunkte online stellen. Und das kannst du dann daheim mit dem Laptop, mit dem Tablet oder mit dem Babas in dem Handy anschauen. Und wenn dir da mal langwillig ist, dann guckst du da nie mit Mama und Papa. Da kannst du dich dann zum Beispiel auch mal sehen, bei alten Auftritten, wo wir hier und da online stellen. Da ist Mama und Papa dann dabei. Da kannst du mal gucken, wie sie mal ausgesehen haben, wo sie noch jung waren. Und dann werden wir natürlich auch den ein oder anderen neuen Programmpunkte zumachen, was so im Dorfgeschehen passiert ist. Alles, was halt mit den Abstandsregeln möglich ist. Das müssen wir halt mal schauen, was da geht. Aber ich denke, das gibt eine super Sache. Freust du dich da schon drauf? Ja! Super! Ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall irgendwo auf der Straße oder online im Film. Das wäre doch super. Bis dann! Wir sehen uns! Tschüss! Tschüss! Liebe Lied, sie närrisch die Tage. Feiere in kleiner Rund. Passe auf euch auf und bliebe gesund. Na riech! 들� Februar Mon наж Und jetzt wird nichts Leute dazu性. Ladies, wir sagen was, das ist wirklich Nice. Hallo! Steiger inzzo undDrinnen hier drauf.